Die Drehgestelle sind noch in der Endfertigung. So fehlen noch die neuen Lager für die Radsätze. Diese entstehen in der Lagerwerkstatt. Es ist eine Weißmetalllegierung aus Antimon, Blei und Zinne. Durch die gute Verteilung des Ölfilms ist diese Legierung besonders gut als Lagerwerkstoff geeignet. Wie überall bei der Bahn üblich, werden auch in Schöneweide Weißmetalllager im Schleudergussverfahren hergestellt. Das flüssige Weißmetall wird in die Lagerform gegossen und per Drehung an die richtigen Stellen gebracht. Nach dem Aushärten muss dann nur noch die Lageroberfläche bearbeitet werden. Die fertigen Lagerschalen werden dann eingebaut und werden rund eine halbe Million Kilometer hoffentlich gute Dienste tun. Mit dem Einbau der Bremsbauteile und der Fahrmotore sind die Drehgestelle dann wieder komplett. Etwa zehn Wochen nach Anlieferung und Demontage ist es dann soweit. Der Wagenkasten wird wieder auf die Drehgestelle gesetzt. Das Prozedere ist in Schöneweide fast an der Tagesordnung. Umso routinierter verlaufen die Arbeiten. Besonders bei den Fahrzeugen der Vorkriegsbauarten war die Instandhaltung mit einem Arbeitsaufwand verbunden, der nach westlichen Wirtschaftsvorstellungen untragbar war. Nicht umsonst wurde Ende 2003 mit der Baureihe 477 die letzte Vorkriegsserie ausgemustert. Kommen wir zur Probefahrt. Dafür gab es ein Sonderfahrzeug. Der einzige Berliner S-Bahnwagen mit zwei Führerstellen. Der sogenannte Jumbo entstand aus einem Triebwagen der Bauart Oranienburg aus dem Jahre 1925. Gebaut für Rangierzwecke und Probefahrten ist er in der Lage, einen Viertelzug ohne Antrieb zu schleppen. Die Inneneinrichtung wurde komplett ausgebaut. Sie musste den Antriebsteilen weichen, die früher im zweiten Wagen untergebracht waren. Im Jahr 2004 quittierte der Jumbo seinen Dienst. 75 Jahre nach seiner Inbetriebnahme als Bauart Oranienburg oder nach 40 Jahren Dasein als Schleppfahrzeug. Quarant der Jumbo wäre aufgebaut, als Schleppfräge aus der Kirchen wieder ausgebaut worden. Der Kantorar lag an der Kirchen Hochschule. Junge der Jumbo seit seiner Inbetriebnahme als Bauart Oranienburg zu beschwtigen. Im Jahr 2002 wird öffnen, den Koppel saubt, bei der Kirchen Hochschule fiel. In der Kirchen Hochschule 1, 2 0 2,300 Tonnen Stattat der Jumbo sind mit einer Inbetriebnahme als Bauart Oranienburg oder in Betriebnahme als Bauart Oranienburg-Kartag. น刻, die in der inbetriebnahme als Bauart Oranienburg zu werfen. Im Jahr 2007.